Wir sind hier im Freilandmuseum in Sorge, bis 1989 im militärischen Sperrgebiet gelegen, mitten im Harz. Nicht weit von hier ist der kleine Ort Elend. Die Grenzkompanie hatte 13 Kilometer innerdeutsche Grenze zu sichern. Wie das Ganze aussah, kann man sich hier ansehen an den Überresten der innerdeutschen Grenze. 343 Kilometer grünes Band durchziehen Sachsen-Anhalt. Inzwischen ist es als nationales Naturmonument ausgewiesen. Was heißt das konkret? Sowohl naturschutzfachlich schützenswerte Biotope als auch kulturhistorisch bedeutsame Objekte werden in ihrem Schutzzweck vereint. Das grüne Band verbindet Natur und historischen Erinnerungsort. Mit den Resten der Grenzanlagen ist es Zeugnis der Geschichte und zugleich Biotop mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Genauso sind die Geschichten der Menschen aus den Gebieten der ehemaligen Grenze wichtige Zeitzeugnisse. Hier im Harz geht es immer an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Mal auf Wanderfaden, mal auf den Betonplatten des Kolonnenwegs. Der Harzer Grenzweg am grünen Band mit seinen gut 100 Kilometern verbindet auf einzigartige Weise die Natur, Kultur und Geschichte des Harzes. So durchwandert man den Naturpark Geopark, Harz-Braunschweiger Land Ostfalen und den Nationalpark Harz und erlebt unberührte Natur. Zwischen dem Grenzturm Roden, Osterwig im Norden und dem Grenzlandmuseum Tettenborn, Bad Sachsa im Süden, verläuft die abwechslungsreiche Wanderroute. Vorbei an der Äcker jahrelang ein Grenzluss oder der Äckertalsperre, durch deren Mitte ebenfalls die Grenze verlief. Nicht zu vergessen der Brocken. Unterhalb des Womberges, zwischen Braunlage und Elend, ist der Grenzöffnungsgedenkstein zu finden. Das Freilandgrenzmuseum bei Sorge veranschaulicht das System der Grenzsicherung. Der Verein Grenzmuseum Sorge e.V. hat mit viel Engagement einen wichtigen Ort der Erinnerung geschaffen. Ein Geschichtspfad mit Informationstafeln, Reste der Grenzzäune 1 und 2, eine Grenzsäule, ein Beetturm, eine Gewässersperre und ein Erdbunker sind zu besichtigen. Anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Mauerfall im Herbst 2009 konnte im ehemaligen Bahnhofsgebäude eine Ausstellung eröffnet werden. Dokumente erzählen vom Leben an der innerdeutschen Grenze im Bereich des Harzes. Der Grenzweg ist Teil der zahlreichen Wanderwege im Harz. Der Verein Harzclub e.V., gegründet 1886 in Sesen, unter anderem zur Förderung des Fremdenverkehrs, hat den Weg mit Informationstafeln versehen. Die Wanderer erfahren Wissenswertes über schützenswerte Biotope, historische Städten am Wegesrand. Schon wenige Jahre nach dem Fall der Mauer entdecken Künstler die Mauer als Gedenkort für sich. Im nördlichen Harzvorland und im Harz selbst gibt es in der Natur Kunstwerke zu entdecken. Zur Grenzlandschaftssorge gehört seit 1992 das Landschaftskunstwerk Ring der Erinnerung, gelegen direkt auf dem ehemaligen Todesstreifen. Der Landschaftskünstler Hermann Brigrand 1942 bis 2008 schuf diesen Ort und ich sitze jetzt genau hier im Ring der Erinnerung. Nach dem Vorbild eines Hexenkreises passend zum Harz hat er aus abgestorbenen Holz einen großen Ring gestaltet. 70 Meter Durchmesser, die einzige Grenze geht mitten durch. Fünf Säulen des alten Grenzzaunes ragen im Inneren des Kreises aus dem Boden hervor. Zwischen den beiden kleinen Harzdörfern Sorge und Elend wächst und wuchert der Ring der Erinnerung seit 1992 direkt auf dem früheren Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze. Gepflanzte Himbeer- und Brombeersträucher erobern den Altholzwall und bilden einen neuen Lebensraum für Vögel und Kleintiere. Wir besuchen den Ring alle paar Jahre und freuen uns über das Wachstum und erinnern uns an Hermann. Schreibt mir die Fotografin Annette Berger für mein Buch. Ich konnte sogar für mein Buch Deutsch-Deutsche Momentaufnahmen Kontakt aufnehmen zu der Tochter des 2008 verstorbenen Künstlers. Und diese Gedanken seiner Tochter möchte ich jetzt vorlesen. Der Ring der Erinnerung als Idee, als Metapher und als Konzept für einen skulpturalen Ort existierte für meinen Vater schon vor der Wiedervereinigung. Er konzipierte die Idee ca. 1985 im Rahmen des Europaprojektes Art in Nature als Teil des künstlerischen Programms Metaphor, Objekte, Skulpturale Orte. Sein künstlerischer Ansatz bestand in der Landschaftsveränderung. Natur, Umweltbewusstsein, Geschichte, Gesellschaftskritik und Wandel spielten immer eine wichtige Rolle in seiner Kunst. Dieser künstlerische Ansatz meines Vaters wuchs aus einer Kritik der Fortschrittsideologie unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Alles schneller, immer mehr Fortschritt auf Kosten aller. Und aus einer Suche nach einem neuen Naturverständnis und einer neuen Landschaftserfahrung. Im Jahr 1989, als die deutsche Wiedervereinigung absehbar war, entschied sich mein Vater, das Ringprojekt im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet zu realisieren. Die künstlerische Idee, die er schon seit einiger Zeit mit sich trug, hatte endlich den passenden Ort gefunden. Hier kam alles zusammen. Der Kreis, die ehemalige Grenze überdeckt, steht als Symbol für die Wiedervereinigung und Naturprozesse, die langsam die Spuren der Grenzlinie überwachsen, bringen den geteilten Wald wieder zusammen. Und trotzdem erinnern Elemente, zum Beispiel die ehemaligen Grenzfehle, an die Geschichte des Ortes. Und trotzdem erinnern Elemente, zum Beispiel die Wiedervereinigung und Naturprozesse,